Prozent Hallo und herzlich willkommen meine Freunde endlich kann ich wieder Battlefield aufnehmen ich freu mich gerade und ich hoffe dass ich jetzt nicht verkacken werde ja weil ich hab's länger nicht mehr gespielt die Kampagne ich weiß gar nicht ich muss mir eben mal das letzte den letzten Part angucken ich kann nicht mehr wusste wo wir waren es geht schon gleich krass los hier du bleibst mal schön da Aua da hab ich ein Eier geschossen was ist das denn hier zwei Quelle ist er so wo wollen wir denn hier hin ich bleib mal bei der habe ich keine ich habe keine genotten kann ich mir helfen hier wisst ich doch mal entschuldige aber Mensch wisst was Kirel hey Kirel komm hier warte mal schneller nach hier zeig weg ist er und hier weg ist er so ich sehe gerade immer nix runter geht's so so da ab und dann ist das Fahrstuhl was ansonsten es wird nebenbei auch endlich der erste Part sein der drücke zu öffnen ja und und go der erste was ist hier los der erste Battlefield Part sein mit Custom Stuntmail ja dass ich dann danach wohl also noch machen will aber ich muss hier ein bisschen ich muss sehen wo ist wo hey wer bist du das ist mein oder und ich guck dir da noch dumm an ey ich stehe da sonst nen Namen drüber wie ein Kollege ist so ich geh mal ein bisschen gucken hier was nachladen hier laden schneller nach ich seh nix ich schieß einfach mal dumm rum oa oa ich hab Angst so Kollege komm her denkst du da kannst du nicht verstecken oder was da kommt ja noch einer ich bin bisschen äh treffsicher geworden oder ein bisschen wenigstens auch wenn du sagst ja musst du ja auch haben aber dann habe ich ja noch hier zack noch da also da irgendwie ich geh mal hier nach calm dann ist verdammt 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 rennt er auf mich zu und ich muss nach nawet komm doch komm doch komm doch ach, der ist schon weg? Ne, du musst noch lang. Hier, zack, weg ist er. Zack. Es geht auch mal ganz palädi hier. So, wollen wir denn... hier aufmachen oder... ah, aufmachen wird. Fangen, oh. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Oh, was mach ich denn? Habe ich... wieso habe ich denn keine... verdammten Granaten? Hey, du da. Verdammt, keine Money, das gibt's ja nicht. Keine Money, ich hab keine Money. Was mach ich denn jetzt? Oh. Na, das reicht erst mal. Oh, was ist los? Ähm... Hör ihn weg. So, Freundchen. Was fällt dir ein? Und wieso köpte mein Frame grad so übelst ab? So, hier. Freundchen. Wer bist du, hä? Hier, verreckt... ach so, ja, wir brauchen Masken, natürlich. Ich guck doch euch den Ruch an. Ist ja klar. Ist ja klar. Aufs geht. So einfach hin nicht, ne, Freunde. Ja, spinn doch. Das sind unsere Kollegen, oder was? Oh, und ich knall dich an zu zählen. Ja. Ja. Ja, äh, haut rein. Ja, pick dich doch. ... Wo sind... Freunde. Ich bitte euch. Woher denn? Ich knall mal bisschen rum, halt. Oh, oh, oh. So, weg ist er. Aua. So, eine Eier, Freundchen. Fällt dir das? Fängt er weg da. Fängt er weg da oder? Fängt er weg da. Fängt er weg da. Verdammt. Wo waren die eben? War der nicht da? Ich stehe das mit meinem Kollegen. So, weg ist er. So, freundchens. So, hallo, äh, ich bitte dich. Frame, gehst du wieder höher? Dankeschön. Ich dachte, die Fräume hätte einfach nur locken. Das verräten wir nicht mehr einfach. So. Warte, warte, warte. Ein. Oh, ich geh mal hier lang. So, tschüss. Schubst mich doch nicht so. Komm her, du Stück. Scheiße. Oh no. Hallo. Hier, Matrix, Alter. Moin, Kollege. Ah, es ging ja noch, oder? Oh. Sieht nicht so lecker aus. Ich glaube, es hat ein bisschen weggesacht. Okay, der ist am Arsch. Shit. Ich bin jetzt nicht so lecker. Nein? Ich bin jetzt nicht so lecker. Es ist ein Schluss. Oh, was... Sieht nicht so lecker aus. Sieht nicht so lecker aus. Sie sollten sich machen die Rechte. Ich komme nicht so lecker. Sieht nicht so lecker aus. Es kann schon lecker aus. Jetzt, wenn ich... Ich bin noch ein... dafür hat es ist ein schwein und so ist mein gefühlsausbrüche aber es macht mich gerade sehr traurig dass er von uns gegangen das wird der wüsten na verdammte menschen da ach verdammt zack gleich scheitere ich schon wieder gibt es doch nicht sollten der scheiß e so kann es nicht weitergehen nein 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 so kann es nicht weitergehen also aber da muss ich mich meist nach wendem sprechen ich glaube ich oder entkommen wenn ich hier einfach langlauern Penner so Freundchen jetzt komm her ach verdammt jetzt hab ich es verkauft ich glaube ich habe es nicht geschafft nehme ich mal an nur diese eine kleine Mausklick weil ich gerade abgelenkt war was kannst du nicht okay jetzt jetzt ist Schluss jetzt ist Schluss wo es sein Spaß und jetzt jetzt ist Spielchen vorbei aber man muss immer so krumm sein ja versuchen mich noch zu treten so Freundchen und Gute Nacht Tja und viel Spaß Gute Nacht hui jetzt erinnert mich ein bisschen an Def Jam Fight for Night da kommt man auch immer so schön ja die vor den Zug schmissen in einem Match ja super ich glaube ich weiß wo sie ist ich glaube ich weiß wo sie ist nehm ich mal an und jetzt jetzt geht's jetzt geht's zur Mission Donnerlauf mit einer erstaunlich niedrigen Framerate vor zehn Stunden so ich hab jetzt einmal einmal kurz die Prime mit neu gestalten äh nur gestalten die Aufnahme um das die Prime mit bisschen zu verbessern dann sind wir wohl gestorben also sind wir wohl gestorben die Regierungsspitze seid echt noch kranker als euch nachgesagt wird ich will verhindern dass das gleiche in New York passiert wer glauben sie hat das getan die PLR und Solomon ok der Exklusionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen wissen Sie wonach das Ausgleich oh nicht Dima wollte es verhindern diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein ich wachse und dann hätten Sie sich trotzdem geschehen lassen Sergeant denken Sie doch mal zurück an die Bank Sie sagten die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun ich warte wir hatten einen Notruf abgesend Anvil 3 sind Teil der Charlie-Kompassier Sie kamen um uns zu holen Millard kam um uns zu holen ok ah Nino ach das ist ein Spielzeug ich hab grad schon eins bekommen jetzt geht's hier los ich nehme an wir sind Müller jetzt ja und schauen wir uns gehen grad mal um und sehen die fetten Rauchwolken da hinten und ja ein kleines Schlachtfältchen jetzt ne ich geh hier mit ein paar Pansini unterwegs war genau wie auf anderen Sägen soll ich mal schießen hier darf ich noch nicht oh sehr gemein Alle Kähnungen, hier ist Jürgen-Ensen. Kundschaftsabellichten haben hier einen Anruf zu holen. Dann sind wir hier. Mitter, hörst du mich. Auf Station. Verstanden. Fahrer, mit Vollgas aufdrücken. Ich kann losgehen. Man schießt schon total unruhig. Okay. Okay, Hafenbereitschaftsgrad 1. Ender 3, 1 und 3, 3. Irgendwelche nicht kontakt haben. Ach, hör auf. Jetzt muss ich aber noch fahren. Okay, alles zuhör. Get in the road, find it. Was macht die Hunde? Schuh, rückwärts und lenken, alles klar. Das krieg ich auch lenken mit Arno. Dann fahr ich aber ja nur nach links. Das ist ja nicht mit dir erklärt, oder? Geschützturm-Zielen. Zoom einschalten. Wo bin denn? Ähm, ich seh hier, ehrlich gesagt. Ah, und pff. Wie blöd bin ich denn? Die halten hier schön an und ich verreck hier, oder was? Aber... Junge, willst du mich verarschen, oder was? Ich fahr mal ein bisschen hier weg. Ja, hoch weg! Verdammt! 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 Achso, die haben die alle hier gekillt. Na, der ist ja gut. Ja, äh, ich würd sagen, gucken wir mal vor hier. Oder was? Ja, die gegen die Termalsicht hier. Achso, zähl. Verdammt! Wow! Und jetzt verarschen wir uns. Ja, da hab ich auch mal einen abknallen. Ja, so wie. Ja, ich zieh mal ein bisschen nach hier und dann... Zack. Ja, sauber. So. So, sauf wieder weg. So, weiter geht's. Ah, okay, da haben wir ihn. Oha! Aufpassen! Vor allem Raid? Ich bitt dich wieder hoch zu gehen. Hallo! Pff, oah, leider unscheiße, ich wollte erstmal eine neue Grafikkarte, ne? Ehrlich. Also, so geht's ja nicht weiter. Ja, Linieninformation. Ich kann ja nicht fahren, Linieninformation. Ich kann ja nicht fahren, Linieninformation. Als klar. mhm, ok mhm ok, äh luftnauerstützung äh, doch nicht na ok alles klar so, und wo ist die Schuss-Raketen-Werder-Reder? ok, das ist ein kleiner Manneken aber willst du nicht fahren? ne natürlich nicht ja, mit Vollgas jetzt sinken mhm, oh ich glaub, der ist weg ich hab' noch mal ein bisschen da hinten an oh, das war knapp alle angreifen, alle angreifen wo, wo, wo? nein nein bam, weg, jetzt auf dem da auch, oder was? ja, weiter nicht stehen werden bisschen lustiger verdammt zack, wenn wir sein Täuschen so, warte vorrücken, alles klar ach so ähm dann soll ich mal das neben mir wablabla Ja, hier, okay, vorwärts. Ey, bis zu uns eltern, oder was? Oh. Freundchen, jetzt bist du gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. So. Noch jemand? So. Ey, Kollege. Lass mich mal bitte da durch. Wie heißt das denn wieder? Ich bin aus einem Schlachtfeld, Krams raus. Irgendwie müssen wir doch da rein. Komm. Okay, das war glaube ich nicht mehr, bitte hier. So meine Kollegen sind hier. Und die waren auch schön. Ich würde sagen, ein Spazier. Verdammt. Schieß, schieß. Ach, verdammt. Was ist das denn hier? Aua. Ja, ja, Funktion, Funktion. Wo ist denn der? Da, Arnold. Hallo. Wird's mich ärgern, oder? So, gib mir wieder die Kleine hier. Sag mal. Es ist so nice, wie einfach alles so fest. Das heißt, der 14. Moin. Für der jetzt schon leider könnte man vielleicht jemanden beim Kacken zugucken, aber das wollen wir gar nicht, oder? Nichts, zumindest nicht. So, du wirst schon stehen in der Fläche. Ach, ich sehe gar nicht, gar nichts. Ach, direkt ist doch nur Reketen bei der Rieber. So, sag tschüss. Weg ist aus dem. Die scheiß Linger sind da, denke ich mir egal. Das können wir auch mal einfach bekommen hier. Und. Ich fahre mal weiter. So, verdammt. So, ihr könnt alles schön stehen. Bleib stehen. Verdammt. So, äh, gut. Das war's. Aua. So, ist alles fertig. Oh, verdammt. Was ist da denn? Ach, die ganzen Leutchen. Weg, ey. Oh, schulde. Ach, gut. Fangen wir mal weiter. Äh. Komm schon. Moment mal. Das meine, ne? Guck. Ich bin mir irgendwie nicht sicher. Das sind so meine Kollegen, oder? Ich stepp. Ich pallare immer meine eigenen Leute an. Hallo, Kollegen. Aber, ja. Ja, doch. klar fahrern jungs das ist so dämlich so schnur streckst direkt trifft zu fahren noch keine kurven fahren nach links alles klar ach so hier verdammt fast Verdammt Aua Ach verdammt Wir sollen sterben Scheiß Panzer Oh nein Ach verdammt Was ist die Flanke? Aua Welche Flanke? Welche Flanke will der? Jetzt kannst du mir auch sagen Wohin genau und so Gibt der noch? Ist es unser? Ist es der? Nein der ist nicht markiert Also es ist nicht unser Ich fahr mal hier rum Verdammt Nee komm Freundchen So nicht Bam Hauen wir den mal weg Und Ja sauber So geht es nämlich Ja komm her Weg ist das Ding Siehste So Wo fahr ich denn? Rauf Und hin Und sowieso Also jetzt hier Okay Part ist jetzt schon glaube ich ein bisschen übernähernd Ich glaube ich ca. 25 Minuten jetzt Aber naja Ich meine es kam ja auch schon lange Kein Part mehr Kann ich da noch hochfahren oder Kippt das Ding denn? Nö Alles Geh Fahr weg ist das Ding Ja easy Schieße Schieße Zack Und weg ist das Ding Haben wir noch mehr? Nö ne? Alles klar Kräfte der Kammern Haben wir ja geschafft So warte geht's Oh guck mal da brennt Und Blut Und alles Und LKW Kolonne Okay Wo ist die nochmal genau? Oder Ich fahr erstmal Ich fahr erstmal drauf zu Irgendwie Ist mein Mein Panzer schon beschädigt So Ja die soll ich Platt machen Das ist doch Ja wo sind denn die Scheiß Wettrennen oder was? Klick Und nur weg Ja sie ist Er ist schon weg Und da 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 Klick klick klack klack Zack 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 Freundchen Du bist auch weg Ach da ist ja noch einer Verdammt Ich will mich mit denen Jetzt mal vorher Komm her Sauber Weg ist er Ja ich lasse mich doch erstmal Hier ein paar Dinger wegbomben Ja alles klar Ach vorher einstellen Mann ich wollte bisschen so machen Das ist ja noch ein paar Frage 3 bis 4 Äh 3 4 3 4 3 4 3 4 4 hier Auf die Schnellstraße ja mein Ding sind wir hier am abkappen gerade ich war schon so schnell wie ich kann da geht aber was ab hier da ist wohl ne Party äh was denkst du denn da hin und her ja wo fährst du unten hin aber irgendwie das ist ein Panzermehl nicht so leider ist sie auch noch sind das unählich die Kinder oder sind das etwa Mischlinge unglaublich also wenn du mich fragst ich bin die ganze Zeit schon konzentriert die Beführung Alter das ist hier los ich sehe nichts folge doch schon die ganze Zeit Alter Falter alles Schrott das ist immer ganz besonders die spannenden Momente hier im Battlefield erinnert mich ein bisschen an Fahrrad 2 oder auch weiß ich nicht ja geht das fast sogar eigentlich noch aber am Fahrrad 2 zum Beispiel ja die stundenlange Fahrten da und dann klappt man ein paar mal was rum vielleicht und dann sind da so eine Panna die ich jetzt abknallen will so und dann kackt man eine Strain auch noch ab ich darf nicht schießen heißt ich soll nicht schießen okay okay die Transporter nee Pioniere könnte jemand dem Kerl sagen, dass wir Krieg haben? hey du, wir haben Krieg okay oder wie soll das denn laufen? hey du, wir haben Krieg, weißt du das? da spring raus kann es sein, dass da nicht Leute da kommen wollen oder? hey moin Jungs, alles klar, alles klar, hier Party chillen oder was geht hey, guck dich doch nicht scheiß PLA hat uns aufgelauert oh, uns zusammengeschossen bevor wir fertig waren was tut mir leid, oh, mein Junge oh, mein Junge hm, oh, oh oh, oh, oh aber ich bin das ganz bestimmt nicht hm du nicht, ja? hm, wer, wer kann es versuchen? auch ich auch ich hm 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 ja das kühlt das die das das der 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 die als er gleichfalls mann erweißte sich abtöcken so Prozent sind die Schäden muss ich hier die Erfüllung und dann muss ich hier das Haus ich glaube gemütlich auch er hat man nur noch ja wo ist wo ist in der Klinik und auch sicher zu schießen ist mir wie Ich hab's nicht hin. E drücken etwa? Achso, hier hingehen, ja? Ah, okay. Wusste ich doch nicht. Okay, jetzt gehst du los. Gut, Nacht! Tschüss! Fertig. Pam, 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 pam. Oh. Ja, natürlich. Danke, aber... So, steck ein. So. Ja, sauber. Jetzt muss ich wenigstens hier nicht immer hier fahren und alles. So, Schnauze da im Fondchen. Ich wollte grad sagen, war das falsch gedacht, aber ich kann es aber nicht fahren. Also, muss ich wohl... Achso, ich soll die Leiter knallen da. Achso, das ist nur... Schnauze! So, hier, kannst du weiterfahren. Oder sollen wir etwa da Leute knallen? Ne, da war ein Hüttenacker. Aber das hat weh. Wo? Wollt ihr mich verarschen? Ah, ich wollte eigentlich... Ne, ich beende es noch nicht. Ich will erstmal hier, die sind Panzer, komm. Fertig machen, hier. Ah, gut, er fährt weiter. Schütze den Panzer. Jo, ich probier's mal, ne? So, du hältst die Klappe. Wo hältst die Klappe? Wo, Panzer, wo, wo, Panzer? Auf der linken Seite... Oh, na, ey, ey, der redet mit mir. Sauber. Vorverkennung. Ich seh nix. Nix ist hier, ne? Kann es sein. Auch da. Ja, ich knall mich schon rum. Wird schon... Du Auto, was willst du hier? Ah. Ich gehst es, karte. Du brauchst gar nicht deinem Freund helfen. Du bist selber. Du genauso... Rechte Flanke, rechte Flanke. Ich flanke hier doch schon rum, hier. Ey, Mon. Hm, hm. Irgendwas? Oh, hier, da oben? Bist du bescheuert, oder was? Bam, einer hat schon nichts bekommen. Ja, Süchi. Feuer doch schon... Wo sind denn da? Mann, zwei, drei, drei, drei. Mann, zwei, drei. Mann, zwei, drei. Mann, zwei, drei, drei. Kann ich auch hier, mein Geschick's... Nein, nein, nein. Ja, moin, Leute. Woooo! Bam! Bam, 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 bam! Ey. es wird dann das sind was die Kinder in der Nähe Schilder sie sind wieder verfahren das ist das in Lohr man muss doch nicht schütt Das ist natürlich nicht so schön. Wohin? Ach, da oben. Da oben? So blöd, wo schießt du hin? Also ehrlich gesagt... Da hinten hin? Ja, was sind die B-I-D-I's? B-I-D-I's? Ja, B-I-D-I's. Ach da, das ist sowas hier? Das ist ein Auto. Steh! Verdammt, verdammt! Ja, nicht verarschen oder was. Hört ihr mich ran? Ja, ich seh's doch nicht mal. Aua. Ey, da... Ach nee, das war nur das Feuer. Ach, Moin, Moin. Ich seh's. Rechte Flanke, rechte Flanke, rechte... Aua. Ich seh' gar nix, aber... Aber okay. Ist okay. Hey. Nicht getroffen. Haha, per, 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 per. So, beide geht's bitte, oder? Ja, hier, zack, zack, einstellen. Verweiter jetzt hier. Schieb das Ding voran. Oh, Mann, ich glaub' wir haben jetzt schon knapp 40 Minuten oder so, ne? Oh, Mann, ich glaub' wir haben jetzt schon knapp 40 Minuten oder so, ne? Ja, hier, zack. Ich beantifies' die, oder? Ja, hier, zack, zack, zack. fierce, zack. Äck, zack.